Wir gehen... Da unten kommen wir nicht hin, oder? Kommen wir da unten irgendwie hin? Wenn wir einer Küste entlang gehen? Und nicht mal nicht angegriffen werden? Was bist du denn für ein Vieh? Wir müssen unsere Gesundheit im Auge... Okay, der macht nicht viel. Ich dachte, der macht mehr. Das war's schon! Gut! Ich dachte, naja, klaut es zunächst im Lämmert. So gut. Und wie kriegen wir ein bisschen Geld? Hier rüber kommen wir nicht rüber. Oh, wir könnten ja nochmal unsere Chunks ergreifen und ein Chocobo versuchen zu fangen. Aber hier ist kein Chocobo mit bei. Anscheinend haben wir das falsche Gemüse. Na, was für kleine Viecher? Na, die kleinen Söhne von den großen Viechern, oder was? Quester, Brüder, Söhne... Was? Weiß ich. Donnerschlag. Was macht das? Oh! Das macht viel! Aber dafür ist Claudia zum Mitteln mit. Tschüss! Blösao! Wir müssen erst Cloud heilen. Entschuldigung, Eris. Bitte euch! Bei der nächsten Gelegenheit. Was? Wir haben eine neue, ähm... Fähigkeit. Komm mal darüber, komm mal darüber, komm mal immer ein. Ich will doch nur einen Chocobo! Ich will doch nur einen Chocobo! Durchschauen wir da! So, Eris. Heil mal Cloud! Dankeschön! Als nächstes bist du dran! Versprochen! Ähm... Barret müsste auch geheilt werden. Mal gucken, ob wir mit Mindblow was erreichen könnten. Nö! Was für eine unnütze Attacke, wenn sie kaum geht! Tschüss! Wir kriegen niemals Objekte. Mann, das war voll Betrug bei dem, äh... Chocobo... Bei der Chocobo-Farm. Oh klar, wir müssen erst noch hier hoch. Ich wäre fast durchs Wasser gekommen. Dann muss es ja da unten sein, aber da unten... Kann nicht sein. Ah, Angriff von hinten. Nichts, das macht ja nicht viel. So... Nein! Da! Könnt ihr das jetzt mal lassen? Tschüss! Hitzeflügel war das Gefährliche. Naja, so gefährlich auch ja nicht. Wir müssten das nur im Auge behalten. Gut, der nächste ist auch erledigt. Von wieder auf, Cloud! Fick dich! Der nächste ist, dass Cloud jetzt im Linnert. Tschüss! Und Cloud muss demnächst geheilt werden. Wo müssen wir hin? Hier ist nur wieder... Ja, da ist nur wieder. Ja, da ist nur wieder. So, schon wieder. Tisch! Ich hoffe, der hat nicht mal die Gelegenheit, Cloud zu halten. So, Mann! Jo, nächstes Level! Und hier sind wir ja bei 4000 Gold. Das ist nur die Stadt. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Können wir ins Meer? Können wir ins Meer? Oh, wir kämpfen mal am Strand. Sehr schön! So. Jetzt wird Cloud aber geheilt. Merkwürdige Wehsteine sind das. Komm, das müsste es jetzt gewesen sein. Tschüss! Ich weiß nicht, wo ich hin bin. Nö, das nervt mich. Und ich habe keinen Schokobo. Das nervt mich auch. Ach, hatte Cloud nicht nur neun? Ah, wie doof. Der hatte doch einen neuen Angriff, oder? Ich weiß nicht, wo ich hin bin. Ja, wir sind wieder angegriffen. Müssen wir das echt mit den Shinra-Leuten machen? Langsam habe ich nämlich das Gefühl, das müssen wir machen. Tschüss. So, jetzt noch einer. Reicht das? Ja. Aber ganz ehrlich, will ich das nicht machen. Möchten wir das? Hä? Oh, zwei Hai-Tränke. Sonst können sie sich gegenseitig Hai sagen. Entschuldigung, der ist so schlecht, aber so witzig. Hey, hier ist sonst nichts mehr. Ach, das regt mich auf. Wir haben denen jetzt so viel gespendet. Wir schlafen nochmal und dann probieren wir es einfach. Wenn wir dabei drauf gehen, ist das halt so. Karten speichern und dann probieren müssen. Ach, da lesen kann ich das kleinem Vorteil. Da steht auch item. Ich denke immer, was steht da? Cloud? Ja, wir schlafen nochmal eine Runde. Und speichern nochmal eine Runde. Und mittlerweile sind wir in Level 17. Und dann probieren wir es mit den Shinra Leuten. Mal gucken, was für ein Drama das wird. Das wird bestimmt ein Riesendrama. Aber ich glaube langsam, wir können nichts anderes machen zurzeit. Wir haben uns alles angeguckt. Wir können da nicht selbst raus. Nein. Wir müssen den Typen ansprechen. Hi. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Finden wir den Angreifer aus. Kämpfer, Katapult, Steinwerfer, Arbeiter, Handwerker, Schütze. Machen wir hier oben schützen, oder? Ich verstehe das nicht. was für nicht, es werdenstarter? Ich könnte das nicht gut思 Austeller überlegen. hier auf sich ошибsen können, Irgendwas. Hä? Ist bisher nur ein Freund oder sind das mehrere? Da ist noch einer. Da ist noch ein Freund. Und jetzt? Können wir die Geschwindigkeit höher drehen irgendwie? Ich kotze ein wenig. Was müssen wir denn wirklich machen? Boah, die sind so langsam. Ich könnte so kotzen. Dann ebenso auch ein wenig. Ich werde das Beste bei der Beste zu sagen. Ich lege. Dann kommt das Beste. Dann kommt das Beste. Ich sollte so schnell. Dann kommt das Beste. Dann kommt das Beste. Dann kommt das Beste. Du bist bist. Dann kommt das Beste. Untertitelung. BR 2018 Wow, ist das ein Kampf. Ich kann mich kaum auf dem Sitz halten, wie spannend das ist. Ist das der Kondor? Schönes Tier. Passiert hier auch mal irgendwas? Ja, leg los. Komm schon. Noch ein Stückchen. Ach, es tut dem Tier doch schon was. Vorherrand. Angabeposition erreicht. Spannungsvolle Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Fein zerstört. Happy Birthday. Schreib den an. Ich glaub, der schlimmste wird der sein, oder? Fein zerstört. Juhu. Gut, dann helft ihr beiden. Einer hilft dem. Und du hilfst dem. Es soll nur 10 sein. Fein zerstört. Was auch immer. Ja, greif an. Feind gestoßen. Ja, du sollst angreifen. Machst du schon gut. Ja, körpern. Nein. Nein, er hat keinen Helfer mehr. Du kriegst noch einen Helfer. Auch so einen jetzt. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem. Das ist der Befehlshaber. Können wir aber noch nicht zerstören, wenn wir ihn nicht zerstört haben. Fein zerstört. Gut. Das ganz allein. Aktion, den zerstören. Und wenn du schneller bist als dein Kumpel da, dann wirst du die anderen von hinten angreifen oder den Befehlshaber. Ich glaube, wir müssen das sogar tun. Auf Fein gestoßen. Oh, dein Helfer ist weg. Kommst du jetzt mal aus den Pötten? Greif den mal an. Oh, ähm. Wir haben kein Geld mehr für die. Hm? Fein zerstört. Ja, dann den noch. Fein gestoßen, ja. Weißt du was? Wir greifen den jetzt einfach an. Scheiße. Nichts geht mehr. Verdammt. Das war wohl nix. Diese Runde war wohl nix. Toll, können wir irgendwie abbrechen? Wir haben nur noch einen Kämpfer. Super. Kannst du mal ein Stückchen schneller machen? Vor vier Jahren, wenn wir den erledigt haben, dann ist alles erledigt. Ich befürchte, aber nein. Ja. Dann machen wir das halt nochmal. Toll, wir haben nur noch einen Schützen. Oh, der hat auch nur noch einen von 160. weiter. Greifen doch weiter an. Wir sind gleich so tot. Wir sind gleich so tot. Boah, braucht er lange. Wir sind gleich tot. Egal. Dann machen wir es nochmal. Oh, Feind gestoßen. Ach, was du nicht sagst. Oh, platt ist er. Yes. Happy Birthday. Wie können wir die Runde denn abbrechen? Verdammte dicke Hacke. Wir können nix mehr. Wir können nur noch zugucken, wie alle. Ach, wir haben noch. Feindesinvasion. Ja. wys Uhrrisch weglas. têm Law. Ich bin fertig. Wir machen jetzt. Ja. Vielen Dank.